Wir haben gerade den letzten Song in unserem großen Gesangskontest von der Infotastic Academy aufgenommen. Es waren tolle Sängerinnen und Sänger mit dabei. Du möchtest dich selber überzeugen? Dann schau dir direkt mal in unserem Kanal auf YouTube die Videos an. Dort kannst du auch einen Like hinterlassen und votest damit deinen Favorit bzw. deine Favoritin ganz weit nach vorne. Du hast noch bis Ende August dafür Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen und zu hören.